Alle Formel 1 Strecken gerankt in einer Tierlist. Jetzt geht es endlich weiter mit den Strecken aus Europa. Ich würde sagen, wir legen direkt los und zwar mit dem Catalonia Circuit. Und wir fangen direkt an mit einer Strecke, wo ich einfach kein Fan davon bin. Es ist einfach so, dass da in den letzten Jahren sehr, sehr wenig spannende Rennen zustande gekommen ist. Das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass man dort testet, dass die Formel 1 dort in den Wintertests eigentlich fast jedes Jahr ausgiebig testet. Und das führt auch einfach dazu, dass die Formel 1 Teams, wenn sie dann wieder im Verlauf der Saison an die Strecke kommen, die Strecke natürlich schon sehr, sehr gut kennen. Und ja, da einfach in den freien Trainings das Auto nochmal so optimieren, dass eigentlich jedes Team so ein bisschen am Optimum ist. Und das führt wiederum dazu, dass es wenig Überraschungen gibt. Also hier kann sich kein Team mal ein bisschen hervorheben und mal eine gute Abstimmung finden in kurzer Zeit. Und deswegen gewinnen dann meistens auch die, die vorne ganz vorne sind im Qualifying beispielsweise. Über 70% der Siege stammen aus den Startplätzen 1 und 2. Das ist sogar höher als in Monaco. Und das muss schon einiges heißen. Die Strecke an sich, wirklich vom Flow, ist gar nicht schlecht. Also die macht schon auch Spaß zum Selberfahren, beispielsweise auf diversen Videospielen. Aber für spannende Rennen sorgt sie auch nicht. Das liegt auch an den vielen, vielen schnellen Kurven, die es einfach schwer machen, dem Vordermann zu folgen. Dadurch ist das Überholen natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt einen Überholpunkt, das ist natürlich 4 Turn 1, nach der langen Startzielgerade. Das ist dann aber auch nicht so mega spektakulär. Ich bin eigentlich kurz davor gewesen, jetzt zu sagen, Katalonia gehört ins D-Tier. Aber ich muss auch sagen, 2022 war jetzt wiederum nicht so schlecht. Da wurde ich ja von euch auch ein bisschen kritisiert. Da ich nur 4 von 10 gegeben habe bei der Bewertung, bei meiner Rennbewertung, muss ich selber eingestehen, war ein bisschen sehr, sehr kritisch. Vielleicht war es doch eine 5 oder sogar eine 6 von 10. Aber das Rennen ist nicht so schlecht gewesen. Deswegen gebe ich jetzt auch einen Gnadenpunkt hier in der Tierliste und sage, komm, das ist nicht hier D-Tier, sondern das ist C-Tier, also eins ein bisschen drüber. Aber trotzdem, es gibt deutlich, deutlich bessere Strecken und zu denen kommen wir ja jetzt auch gleich. Wir kommen jetzt aber erstmal zu einer Strecke namens Estoril, also eine Strecke in Portugal in einer Ortschaft namens Estoril. Auf dieser Strecke ist die Formel 1 schon sehr, sehr lange nicht mehr gefahren. Aber sie ist auch heute noch befahrbar sozusagen durch die Formel 1, also eine offizielle Grade-A-Strecke der 4. Also theoretisch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob auch die Boxenanlagen und so weiter auch wirklich so weit sind, da ein Formel 1 Grand Prix zu hosten. Aber rein von der Strecke, auch von den Sicherheitsmaßnahmen, könnte man dort einen Grand Prix fahren. Und es ist natürlich spannend zu wissen, ja, wie ist denn die Strecke von Estoril? Ich denke, sie ist so ein bisschen ähnlich wie Barcelona, nur, nur deutlich enger. Deswegen kann ich mir schon relativ schwer vorstellen, dass da heute mit den größeren Autos, mit den schnelleren Autos, die aber auch Probleme haben, mit der Downforce, dem Hintermann zu folgen, ob da wirklich gute Rennen zustande kommen würden, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Die Strecke an sich hat auch einen coolen Flow. Ich erinnere mich tatsächlich, als ich noch ein kleiner Knups war mit der Playstation 1, hatte ich Formel 1 2, äh, sorry, Formel 1 97, also so alt ist das Teil schon, aber geiles Game auf jeden Fall gewesen. Und da gab es diese Strecke Estoril und die hat schon auch Spaß gemacht. Von daher, vom Flow ist sie gar nicht schlecht, aber man muss halt echt sagen, mit den heutigen Autos, da würde wahrscheinlich nichts Gutes zustande kommen. Es ist wahrscheinlich noch enger wie beim Hungaroring und auch dort ist es ja schon manchmal schwierig mit Überholen. Und deswegen muss ich einfach sagen, wenn jetzt die Formel 1 sagen würde, Leute, wir gehen wieder zurück nach Estoril. Ich würde es tatsächlich nicht feiern, wir haben ja auch noch eine andere Strecke in Portugal, kommen wir gleich zu. Und deswegen mache ich es einfach kurz und schmerzlos. Tier D Estoril ist eine Strecke, die hat in den 80ern, 90ern wahrscheinlich ganz gut geklappt, die würde jetzt aber Stand 2022 höchstwahrscheinlich nicht mehr gut klappen. Ist natürlich alles nur Theorie. In der Praxis haben wir die Strecke halt auch einfach ewig nicht mehr gesehen. Kommen wir zur ersten der beiden deutschen Strecken hier in meiner Tierlist. Wir fangen an mit dem Hockenheim Grand Prix. Hier muss man vielleicht historisch anfangen. Natürlich irgendwie schon schade, dass seit 2003 dort nicht mehr auf dieser Highspeed-Strecke im Wald gefahren wird. Wenn ihr das tatsächlich noch gar nicht wisst, dann guckt euch mal alte YouTube-Videos an von, keine Ahnung, den 90ern, Anfang 2000er. Wie da die Autos mit 350, 360 Sachen durch den Wald geprettert sind. Das war schon richtig, richtig hart, richtig geil anzusehen. Aber natürlich aus Sicherheitsbedenken musste man da schon sagen, das war schon sehr, sehr bedenklich, wie die Autos da gefahren sind. Und deswegen, auch wenn es bitter, bitter schade ist, ich habe schon verstanden, dass da der Betreiber auch die FIA, die Formel 1 gesagt haben, hey, da muss sich was ändern. Deswegen gab es dann das neue Layout, das natürlich immer noch ganz cool ist, aber halt leider nichts mehr Besonderes, nichts mehr Außergewöhnliches. Deswegen müsste ich jetzt hier den alten Hockenheim renken. Hätte ich gesagt, das ist mindestens A, wenn nicht sogar S, weil es einfach so eine krass besondere Strecke ist. Jetzt ist es immer noch ganz cool, dass zum Beispiel immer noch natürlich das Motodrom besteht, die Stadionsektion, wo auch immer verdammt, verdammt gute Stimmung aufkommt. Und das ist schon cool, die Autos da beispielsweise durch die Sachskurve fahren zu sehen. Das war halt früher noch cooler, weil die Autos sind halt so krass abgestimmt worden auf die Highspeed-Strecken, auf die Highspeed-Zonen, sodass sie halt dann in der Sachskurve und generell im Motodrom mega gestruggelt haben, weil sie einfach null Downforce hatten. Und deswegen, das sah schon cool aus, natürlich jetzt auf der Strecke braucht man eher ein bisschen mehr Downforce. Deswegen ist es auch nicht mehr ganz so leicht, ganz so schwierig, dann im Motodrom zu fahren. Von der Stimmung her ist es da immer noch super. Natürlich muss ich ein paar Abzüge geben, dass da an der Strecke leider ein bisschen, dass die einfach umgebaut worden ist und nicht mehr ganz so besonders ist. Ist aber immer noch eine coole Strecke, muss man schon sagen. Und deswegen sage ich immer noch gutes A-Tier, denn für mich gehört ein Grand Prix weiterhin nach Deutschland. Und Hockenheim hat eigentlich von der Strecke, natürlich auch von den Begebenheiten von den Fans völlig das Zeug dazu, dass da auch weiterhin in der Formel 1 gefahren wird. Ist leider gerade nicht so, aber hoffentlich kommt es bald in der Zukunft wieder. Ich ranke den Hockenheim in Tier A. Den Hungaroring habe ich ja gerade schon angesprochen. Ist auch sehr, sehr twisty, wenn man es so sagen kann. Also überholen ist dort sehr, sehr schwer. Es gibt eigentlich auch nur wirklich eine Zone, nämlich Turn 1. Vielleicht dann noch am Ende von Sektor 1, wo es ja beispielsweise Hamilton vergeblich versucht hat gegen Alonso letztes Jahr. Das waren schon coole Manöver. Von daher, der Hungaroring ist halt auch eine klassische Oldschool-Strecke. Ist zwar relativ spät, also erst in den 80ern sozusagen gebaut worden. Aber trotzdem einfach vom Layout, auch von der Breite und so weiter noch sehr, sehr Oldschool. Und das finde ich ja auch schon cool, dass es solche Strecken noch in der Formel 1 gibt. Und dazu muss man auch sagen, so seit 2014 irgendwie gab es da nochmal ein Revival. Also die Rennen sind da nochmal ein bisschen besser geworden. Beispielsweise 2014, 2021 war natürlich auch ein verrücktes Rennen. Da lag es natürlich auch an dem Startcrash im Regen. Dann diesem verrückten Start, als nur Hamilton ganz vorne alleine in der Box stand und alle aus der Boxengasse gestartet sind. Das war schon witzig. Und von daher, der Hungaroring bietet schon immer coole Geschichten, coole Corpries. Aber jetzt rein vom Layout und so weiter, ist er jetzt nicht oberstes Tier S. Ich würde auch sagen, A wäre too much. Deswegen sage ich, Hungaroring, B-Tier. Ich finde, er bietet immer noch gute Rennen. Aber es ist jetzt kein richtiges Spektakel. Und von daher würde ich jetzt nicht ganz so viele Tränen verdrücken, wenn der Hungaroring irgendwann mal vielleicht nicht mehr in der Formel 1 ist. Aber andererseits muss man schon sagen, coole Strecke. Auch coole Fans, immer sehr, sehr viele Finnen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen eingebürgert. B-Tier ist da wirklich, finde ich, sehr, sehr passend für den Hungaroring. Kommen wir zur ersten von drei italienischen Strecken, nämlich zu Imola. Das hat ja auch erst 2020 das Comeback gefeiert. Ein Revival. Seit Mitte der 2000er ist man da eigentlich nicht mehr gefahren. Dann kam Corona. Man hat nach Strecken gesucht. Und Imola hat dankend den Arm gehoben. Und jetzt hatten wir mittlerweile schon wieder drei Rennen dort, die allesamt, ja, gut waren. Sie waren jetzt nicht überragend, aber sie waren schon gut. Es ist natürlich auch hier sehr, sehr auffällig, dass es eine Oldschool-Strecke ist. Die Strecke ist natürlich noch älter. Wurde dann nach dem tragischen Tod von Ayrton Senner und Ronald Ratzenberger 1994 auch umgebaut. Ein bisschen entschärft. Früher war die Strecke verdammt schnell. Also fast ähnlich wie Monza oder auch Hockenheim. Natürlich mit diesen Barrieren dann an der Seite war das schon krass gefährlich früher. Jetzt mit ein paar mehr Kurven, ein paar mehr Schikanen ist sie ein bisschen entschärft. Und dann wurde sie jetzt aber auch noch in den 10er Jahren nochmal umgebaut. Im Gegensatz beispielsweise zu dem Layout, was wir in den 90ern, Anfang der 2000er hatten. Das ist beispielsweise sehr, sehr charakteristisch zu sehen. An der Start-Ziegerade, die ja eigentlich so zwei Knicks, glaube ich, hat. Das ist sehr, sehr einzigartig. Von den Fans ist Imola natürlich auch klasse. Das ist die Strecke, die eigentlich so am nächsten an Ferrari, an Maronello dran ist. Und von daher ist das natürlich auch Ferrari-Heimspiel pur. Was da so auch an der Stimmung und so weiter los ist. Von daher, da würde ich auch noch einen kleinen Pluspunkt geben. Von der Strecke ist es sehr, sehr schwer zu überholen. Da ist eigentlich auch wieder nur Turn 1 oder ist das, glaube ich, sogar offiziell Turn 2 eine gute Möglichkeit, wenn man sich da mit DRS ansorgt. Ansonsten ist es schwierig. Aber ich würde auch sagen, wie beim Hungaroring, das ist eine Strecke, die gehört für mich ins Betir. Sie hat Historie, sie hat einen coolen Flow. Sie ist ein bisschen überholunfreundlich, ein bisschen oldschool. Und deswegen würde ich sagen, Betir, guter Durchschnitt. Da gibt es bessere Strecken, da gibt es aber auch deutlich schlechtere Strecken. Dann kommen wir zur zweiten spanischen Strecke, Jerez. Es würde sogar noch eine weitere spanische Strecke geben, nämlich in Valencia, aber nicht der Straßenkurs von Valencia. Den gibt es nicht mehr, also den könnte man so nicht mehr einfach befahren. Es gibt aber sogar noch eine Strecke in Valencia, also außerhalb von Valencia, wo beispielsweise die MotoGP fährt, wo man auch Formel 1 Rennen halten könnte, also auch via Grade A. Aber die wollte ich jetzt hier nicht bewerten. Dort wurde einfach noch nie Formel 1 gefahren. Ich kenne die Strecke auch nicht, deswegen, was soll ich da bewerten? Aber Jerez, Jerez kenne ich, wurde beispielsweise auch in Formel 1 2013 nochmal als Classic-Strecke angeboten von Codemasters. War ganz cool, fand ich. Und die Strecke hat auch so ein bisschen einen besonderen Charakter. Aber was mir da auf jeden Fall besonders einfällt an Jerez, ist natürlich das WM-Finale 1997. Aus Schumi-Sicht war das natürlich ein sehr, sehr bitterer Nachmittag, also generell aus deutscher Sicht. Aber es ist halt so ein bisschen hängen geblieben. War auch ein bisschen komisch, dass man damals das WM-Finale 1997 in Jerez gefahren ist. Also ich weiß gar nicht, wie das dazu kam. Normalerweise waren wir ja immer in Adelaide, dann in Suzuka, später natürlich Brasilien, jetzt Abu Dhabi. Aber 1997 hat es irgendwie Jerez geschafft, als letzter Grand Prix gewertet zu werden. Aber das soll ja hier jetzt nicht Teil dieses Videos sein. Sondern die Strecke Jerez würde, glaube ich, 2022 auch nicht mehr so wirklich passen. Die Strecke ist auch wieder sehr, sehr eng. Also wir sehen hier so ein bisschen schon natürlich ein Muster. Viele europäische Strecken sind halt ein bisschen oldschool, sehr, sehr eng. Wir sehen, wenig lange Geraden, viele Kurven. Das hat in den 50er, 60er, 70er super funktioniert. Wurde dann immer ein bisschen, wurde dann immer schwerer. Und jetzt muss man schon sagen, mit den heutigen Autos würde in Jerez, da würde nichts zustande kommen. Und von daher würde ich auch sagen, Jerez muss ich jetzt in D packen. Denn wenn man jetzt beispielsweise sagen würde, wir streichen Katalunya und wir fahren in Jerez, da würde ich sogar sagen, hey, so schlecht ist Katalunya nicht. Deswegen habe ich ja Katalunya auch in C gepackt. Also bitte macht das nicht, liebe Formel 1, Jerez. Ich glaube, das würde einfach noch viel weniger bringen. Ich denke, von den Fans würde da jetzt auch nicht so viel mehr an Leidenschaft kommen, wie wir es doch eigentlich in Katalunya haben. Von daher, das ist doch eigentlich ganz gut. Aber Jerez, nee, da bitte keine Formel 1-Rennen. Wir kommen zu Manicourt, der ersten französischen Strecke, auf der auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gefahren wurde. Also auch hier gab es Mitte der 2000er irgendwann mal einen Cut. Es gab ewig gar keinen Frankreich-Corpri. Jetzt fährt man ja seit einigen Jahren wieder in Le Castellet. Dazu kommen wir gleich. Aber Manicourt ist schon irgendwie eine coole Strecke. Also sehr, sehr viele lange Kurven. Ich erinnere mich beispielsweise Turn 1, Turn 2 sehr, sehr lang. Und dann diese ewige Fahrt Richtung Turn 3, dass dann eine Haarnadel war. Da gab es schon immer ganz coole Manöver. Ich erinnere mich einmal, gab es einen Stinkefinger von DC Richtung Michael Schumacher. Von daher, an dieser Kurve, da war eigentlich immer ein bisschen Action. Ansonsten ja, auch sehr Mickey-Maus-mäßig die Strecke dann im zweiten, dritten Sektor. Im dritten Sektor hat man da noch ein bisschen umgebaut. Aber ich würde sagen, Manicourt wäre eine Strecke, die würde auch heutzutage noch einigermaßen funktionieren. Vielleicht nicht mehr so gut wie in den 90ern, Anfang der 2000er. Aber ich glaube, man könnte auch heute noch sagen, in Manicourt, da könnten ganz coole Rennen passieren. Und deswegen würde ich diese Idee eigentlich ziemlich spannend finden. Und würde sagen, doch, Manicourt, ich packe das eben wie auch der Hungaroring, Imola, so in dieses Tier, Tier B. Also so klassische europäische Strecke, wo man aber immer noch ganz coole Rennen sehen könnte. Wo man aber auch sagen muss, die Fahrer müssten sich hier verdammt anstrengen, um überholen zu können. Aber hey, lasst es uns doch mal ausprobieren. Zu Port Ricard, Le Castellet kommen wir ja gleich. Aber da könnt ihr euch schon denken, was da meine Meinung ist, wenn ihr mich schon ein bisschen abonniert habt. Und von daher, Manicourt, Tier B, wir machen weiter. Und zwar mit Monaco. Wir sind immer noch bei Buchstaben M. Und Monaco, der findet jetzt auch dieses Wochenende statt. Ist sehr, sehr kontrovers, die Meinung hier oder die Diskussion. Passt der Monaco Grand Prix heutzutage noch in die Formel 1? Es gibt viele Leute, die sagen, hey, nee, das ist sowas von langweilig. Okay, am Samstag ist noch ein bisschen Action im Qualifying. Aber der Sonntag ist sowas von langweilig. Und ja, dem kann man nichts entgegensetzen. Ja, der Sonntag ist oft langweilig, außer es regnet vielleicht mal. Dagegen gibt es natürlich dann aber auch die Stimmen, die sagen, Formel 1 ist Tradition. Und Tradition, das ist nun mal Monaco. Und von daher, da sollte man auch dran festhalten. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich sage schon, jetzt gerade die Akkommendation mit Tradition, die hat schon was. Denn Formel 1 besteht tatsächlich aus Tradition. Und in Monaco auf einmal nicht mehr fahren zu können, das würde mir schon so ein bisschen das Herz brechen. Andererseits, ich verstehe auch die Sonntage, die man sich dann da immer gibt, die sind schon manchmal ziemlich langweilig. Dann gibt es viele Kamerafahrten in Richtung Yachten, in Richtung der VIPs und so weiter. Das finde ich auch immer ein bisschen too much. Aber davon lebt halt Monaco. Ich denke, von der reinen Strecke müssen wir hier eh schon eine Ausnahme machen. Denn eigentlich müssten wir hier sagen, komplett Kategorie D. Aber es gibt für mich einen Traditionsplus. Es gibt für mich einen Samstags-Qualifyingplus. Denn da die Autos mit voller Pulle durch diese Kanäle, durch diese Leitplankenkanäle fahren zu sehen, Das ist schon extrem cool. Also den Samstag in Monaco, den genieße ich da wirklich sehr. Und deswegen würde ich sagen, Kategorie D wäre zu hart. Ich packe es in Kategorie C. Vielleicht wäre sogar ein bisschen Kategorie B drin gewesen. Aber Monaco ist, finde ich, so eine Sache. Da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Meinungen. Und von daher lasst mich doch auch gerne in den Kommentaren wissen, wo ihr Monaco ranken würdet. Wir sind immer noch beim Buchstaben M. Nämlich sind wir jetzt bei Monza, der zweiten italienischen Strecke. Monza war tatsächlich die erste und bisher immer noch einzige Formel 1 Strecke, die ich live besucht habe. Also bei einem tatsächlichen Rennen Grand Prix. Das war 2013, als Sebastian Vettel im Red Bull völlig dominiert hat. Und die Ferrari-Fans ihn anschließend ausgebucht haben. Aber ja, jetzt kommen wir zu Monza. Highspeed-Strecke, viele Schikanen, aber dann viele Highspeed-Passagen. Das erinnert so ein bisschen an Hockenheim früher. Ist aber immer noch, sage ich mal, ein bisschen sicherer, als Hockenheim früher war. Und von daher muss ich erst mal sagen, ich bin Gottfroh, dass wir immer noch so eine Strecke haben. Dass da Monza noch nicht verkrüppelt wurde und zu einer, sage ich mal, stinknormalen Strecke wurde. Sondern Monza ist wirklich einzigartig. So eine Strecke, die haben wir sonst nirgends im Kalender. Das ist Highspeed pur. Die Flügel sind ganz flach und das feiere ich, dass wir so eine Strecke haben. Deswegen gibt es hier schon mal fette Pluspunkte von der Strecke oder vom Umfeld. Das ist auch natürlich Ferrari-Land, Italien. Die italienischen Fans, die machen da immer Stimmung, die Tifosi. Das habe ich ja live miterlebt. Das war schon krass, wie da die Ferrari-Fans zum Teil noch mit so einer analogen Stoppuhr die Zeiten damals von Alonso gemessen haben im Rennen. Das ist einfach Leidenschaft. Die gibt es sonst fast nirgendwo, würde ich sagen, im Rennsport in anderen Ländern. Diese krasse Leidenschaft, die man in Italien sieht. Von daher gibt es auch noch einen Pluspunkt. Man muss natürlich auch sagen, die Strecke ist jetzt nicht krass. Krass, irgendwie eine Challenge beispielsweise für die Fahrer. Es ist natürlich viele Geraden, da kann man sich ausruhen. Natürlich bei 350 ist da jetzt nicht so völlig null Konzentration nötig. Aber im Gegensatz zu anderen Strecken ist es schon ein bisschen ruhiger wahrscheinlich. Aber ich sage tatsächlich, weil die Strecke so einzigartig ist, weil es so Highspeed ist, die Motoren hier voll aufgedreht werden, packe ich Monza in Kategorie A. Denn das würde mir tatsächlich fehlen, wenn Monza irgendwann mal aus dem Kalender fliegen würde. Da würde tatsächlich bei mir das Herz bluten. Und dann kommen wir gleich noch zur dritten Strecke in meiner Tierlist in Europa, in Italien, nämlich Mugello. Da waren wir ja einmal, 2020, auch während der Pandemie, ist Mugello eingesprungen. War das erste und bis jetzt natürlich einzige Rennen. Und hier muss man sagen, das Rennen, das war gar nicht so schlecht. Viele haben damals wirklich vermutet, dass es langweilig wird, weil Überholen verdammt schwierig sein wird. Auch hier hat sich Turn 1 immerhin erwiesen, dass es da ein paar ganz coole Überholmanöver gab, vor allem auch außenrum. Ich beispielsweise erinnere mich, dass Alex Albon da einen coolen Move ausgepackt hat, außenrum. Aber Mugello, da kann man es relativ kurz machen. Aber jetzt auch im Vergleich zu Imola und Monza fällt Mugello für mich noch ein bisschen ab. Deswegen, ich packe Mugello in Kategorie C. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Also es war schon ganz cool anzusehen. Die Strecke sah sehr herausfordernd aus, schon auch ein bisschen schnell. Trotzdem sehr, sehr eng. Und das hat mir schon auch gefallen. Aber trotzdem, ich vermisse Mugello jetzt nicht. Deswegen Kategorie C ist, denke ich, hier relativ fair. Dann kommen wir zum Nürburgring, der zweiten deutschen Strecke, die natürlich auch mit sehr, sehr viel Historie belegt ist. Natürlich früher die Nordschleife, dass das natürlich eine krass epische Strecke war. Geschenkt, aber dass wir da heute natürlich auch nicht mehr fahren, das ist natürlich auch sowas von klar. Wäre natürlich viel zu krass mit den heutigen Autos. War damals auch schon krass. Also war ja auch krass gefährlich. Nicht nur Niki Laudas Unfall. Viele, viele andere gefährliche Situationen. Deswegen, die Nordschleife, die bleibt natürlich eine Legende. Es gibt ja dann diesen GP-Kurs und der wurde auch immer mal wieder ein bisschen umgebaut. Ist ja 2020, auch wegen Corona, sogar nochmal zurückgekehrt. Aber ansonsten wird er auch seit, glaube ich, 2013 nicht mehr gefahren. Und hier muss ich sagen, die Eifel, die bietet natürlich auch diese krassen Wetterumschwünge. Also da kann es dann gefühlt wirklich jede 5 Minuten dann doch mal regnen. Das hat natürlich immer einen coolen Effekt gehabt auf die Rennen. Da sind manchmal echt verrückte Rennen zustande gekommen. Da muss man einen Pluspunkt geben. Also so einen kleinen Pluspunkt für das sehr, sehr unbeständige Wetter der Eifel. Ansonsten, die Strecke hat einen coolen Flow. Also beispielsweise unten die Dunlop-Kurve, heißt sie, glaube ich. Die ist ziemlich einzigartig. Und auch ansonsten würde ich sagen, ist es jetzt eine der besseren Strecken. Ich muss hier natürlich auch den Vergleich mit Hockenheim ziehen. Und da würde ich sagen, macht Hockenheim dann doch ein bisschen mehr her. Aber das ist auch Geschmackssache, glaube ich. Aber was mir zum Beispiel beim Nürburgring gar nicht gefällt, das haben sie ein bisschen versaut in meiner Meinung. Das Turn 1 und dann dieser erste Sektor, der sehr, sehr langsam und sehr, sehr twisty ist. Und ja, ich finde, das passt gar nicht zu den heutigen Formel 1 Autos. Das ist im Tourenwagensport vielleicht noch ganz cool anzusehen. Aber die Formel 1 Autos, dadurch diese Kurven fahren zu sehen, das schmerzt schon ein bisschen. Da habe ich mir eher so die schnelleren Kurven, die es da beispielsweise auch früher in diesem Teil gab, die haben mir mehr gefallen. Natürlich Turn 1 ist jetzt deutlich überholfreundlicher als früher. Das ist vielleicht dann der Pluspunkt, den man damals gesehen hat. Aber generell der Sektor 1, da gibt es bei mir Minuspunkte. Und deswegen, wenn ich Hockenheim in A ranke, dann muss ich den Nürburgring in B ranken. Ich denke, er passt da auch ganz gut rein mit Imola, mit Ungarn und so weiter. Das ist schon eine coole Strecke. Würde ich mir wirklich tatsächlich aussuchen können, auf welcher deutschen Strecke wir wieder ein Grand Prix fahren könnten. Und es tatsächlich nur eine ist, dann wäre es Hockenheim. Aber ansonsten dieses alternierende, jedes Jahr woanders fahren, wie wir es beispielsweise Anfang der 10er Jahre hatten, das fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Und von daher, das wäre doch eine ganz coole Sache, um vielleicht den Deutschland Grand Prix wieder aufleben zu lassen. 2026, die Gerüchte werden immer heißer. Sollen Audi, Porsche in die Formel 1 kommen. Und da würde doch ein deutscher Grand Prix wieder absolut Sinn machen, oder? Okay, dann kommen wir zur zweiten französischen Strecke. Paul Ricard, Le Castellet und es ist sowas von klar, wo ich das ranke. Ich denke, es ist auch nicht die beliebteste Strecke bei euch. Ich hasse diese Strecke, vor allem als Zuschauer, als Fahrer hat sie ja vielleicht noch einen ganz coolen Flow im Games. Aber diese Streifen an der Seite, das ist Augenkrebs pur. Diese Parkplatzatmosphäre, diese vielen verschiedenen Streckenlayouts, die dann irgendwie immer ineinander führen und irgendwie auch den Zuschauer total Verwirrung stiften. Wo ist denn jetzt eigentlich die Strecke? Das ist wirklich schrecklich. Und deswegen, Leute, also was habt ihr da mit dem Paul Ricard Kurs gemacht? Den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Aber mit diesen Neuerungen, dieser Parkplatzatmosphäre, ich finde es schrecklich. Bitte, bitte macht das weg. Bitte macht da wieder ein bisschen Gras hin. Kiesbetten. Es muss ja jetzt nicht krass oldschool sein, aber ein bisschen schöner geht das sicherlich. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Paul Ricard, absolutes Date hier. Ja, und jetzt kommen wir zur zweiten portugiesischen Strecke, Portimao. Da sind wir jetzt auch zweimal gefahren, 2020, 2021. War neu im Kalender. Also Estoril wurde damals nicht gewählt als Portugal Grand Prix, sondern Portimao. Und am Anfang waren, denke ich, viele sehr, sehr optimistisch, denn die Strecke hat schon so ein bisschen einen eigenen Charakter. So diese Achterbahnfahrten, oft ging es dann bergab und wieder bergauf und so weiter. Schnelle Kurven, die dann auch ineinander führen, also Links-Rechts-Passagen. Hat so ein bisschen auch an Spa erinnert. Generell vom Layout erinnert sie aber auch ein bisschen an Catalonia. Aber so ein bisschen so, ja, ich beschreibe es einfach mal als ein bisschen die hübschere Schwester von Catalonia. Also ich finde, wenn man das jetzt mit Catalonia beispielsweise vergleicht, finde ich Portimao besser. Aber Portimao hat mich jetzt auch nicht umgeworfen. Deswegen, ich mache es schnell, Kategorie B, wieder guter Durchschnitt. Wir haben jetzt dieses Jahr Portimao nicht mehr im Kalender und ich vermisse es jetzt auch nicht. Portugal ist jetzt auch nicht so ein klassisches Motorsportland. Von daher, auch von den Fans her, vermisse ich es jetzt nicht. Die Strecke war ganz cool, aber sie war dann auch irgendwie ein bisschen, ja, nichts Besonderes. Und deswegen sage ich Portimao, Betir, alles gut, die zwei Rennen, das war cool dort. Jetzt ist es nicht mehr im Kalender, aber es ist auch nicht schlimm. Wir kommen zu Buchstaben R. Wir sind jetzt in Österreich beim Red Bull Ring, der ehemalige A1 Ring und der ehemalige Österreich Ring. Jetzt natürlich gesponsert von Red Bull. Und hier muss ich sagen, es ist schon eine verdammt coole Strecke. Viele schnelle Passagen, wenig Kurven. Ich glaube, es ist sogar die Strecke mit den wenigsten Kurven. Monza hat ja viele Schikanen. Das sind dann schon mal zwei, manchmal sogar drei Kurven. Während der Red Bull Ring natürlich aus sehr, sehr vielen einzelnen Kurven besteht. Aber ich muss schon sagen, das macht Spaß, da auch die Autos durch die Steiermark fahren zu sehen. Ich finde also auch dieses Alpen-Idyll, das finde ich ziemlich cool. Von den Fans ist da immer was los. Österreich natürlich, Motorsport begeistert. Jetzt kommen natürlich auch noch viele holländische Fans dazu. Und das ist schon eine sehr, sehr geile Stimmung. Und ich muss auch sagen, ich glaube 2023 bin ich sowas von dabei am Spielberg, in Spielberg beim Coabri. Das will ich mir mal geben. Ich mache es kurz. Ich packe Österreich. Ich packe den Red Bull Ring in Kategorie S. Ja, ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich finde die Strecke sowas von genial. Und sie hat so einen einzigartigen Charakter. Und da kommen immer coole Rennen zustande. Auch immer mal wieder Überraschungen. Beispielsweise mal die Williams sehr, sehr stark gewesen. Da Ferrari hat da mal ein ganz gutes Ergebnis geholt 2020, obwohl der Ferrari eigentlich eine Gurke war. Und von daher, diese Rennen, die schaue ich mir eigentlich immer gerne an. Kategorie S. Warum nicht? Kommen wir zu Silverstone, der einzigen Strecke aus UK in England, die ich jetzt hier ranken werde. Es gab natürlich in der Storie sehr, sehr viele Strecken in Großbritannien, auf deren Formel 1 Rennen stattgefunden haben. Vielleicht prominentestes Beispiel wäre hier Brands Hedge. Aber jetzt gibt es nun mal nur den Silverstone Grand Prix. Und da muss ich sagen, der Umbau, der hat der Strecke sehr, sehr gut getan. Die Strecke war früher schon so cool, aber er hatte so ein bisschen wenig Flair. Und vor allem, ja, diese Start-Zielgerade um die Kurve, das war schon mega, mega oldschool. Und dass die da einfach mal das Paddock umgebaut haben, jetzt eine gescheite Start-Zielgerade haben, das fand ich gut. Und ansonsten, finde ich, hat man es auch echt gut gemacht, dass man die coolen Teile der Strecke von früher eigentlich beibehalten haben. Also vor allem diese krassen S-Ses vor der Hangar Street, die sind einfach genial und die müssen immer in der Formel 1 drin sein. Also bitte entschärft die nie, liebe Formel 1. Und auch sonst beispielsweise, ah, jetzt ist mir der Name entfallen, die Kurve, die ehemalige erste Kurve, wo Hamilton und Verstappen letztes Jahr den Unfall hatten, das ist auch eine verdammt coole Kurve. Von daher, ich glaube, in Silverstone mangelt es nicht an coolen Kurven, an coolen Kurvenkombinationen. Von der Stimmung ist Silverstone auch mega. Also ich erinnere mich auch gerade letztes Jahr, Corona-Pandemie war in UK ja sowieso ein bisschen früher zu Ende gefühlt als woanders. Aber die britischen Fans, die haben da wirklich geile Stimmung gemacht. Nicht nur für Hamilton, sondern auch beispielsweise für George Russell, für Landon Norris und so weiter. Und das hat mir sehr, sehr imponiert. Und Silverstone ist, glaube ich, auch für jeden Formel 1-Fan so ein bisschen auf der Bucketlist, dass man sich da mal einen Grand Prix gibt. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann mal machen. Und von daher, ich mache es jetzt hier auch kurz und sage, Silverstone, Kategorie S, spricht für mich nichts dagegen. Also, warum nicht? Dann kommen wir zu Sochi, wo einige beim Asien-Pazifik-Video schon gesagt haben, hey, du hast Sochi vergessen, du hast Russland vergessen. Ja, Russland, Europa, Asien, weiß man nicht. Russland hat jetzt eh so ein bisschen den Makel, natürlich, dass sie jetzt diesen Grand Prix natürlich jetzt erstmal nicht mehr haben, aufgrund der Ukraine-Invasion, die natürlich schrecklich ist. Von daher, ich will es hier jetzt auch relativ kurz machen. Sochi war nie eine geliebte Strecke, sehr, sehr langweilige Rennen. 2021 war da mal eine Ausnahme. Auch ohne Regen war es schon ein cooler Grand Prix. Mit Regen wurde es dann ein legendärer Grand Prix. Aber ansonsten, das war, finde ich, Zufall. Sochi immer sehr, sehr langweilig. Auch diese klassische Parkplatz-Atmosphäre. Vermisst wirklich keiner auch, dass das dieses Jahr nicht stattfindet. Von daher, Kategorie D. Und es würde sogar noch zwei Strecken geben. Einmal den Igora-Drive, einmal dann noch eine Strecke in der Nähe von Moskau. Da könnte man sogar auch Formel 1 fahren. Aber das hat sich jetzt, glaube ich, für die Zukunft oder für die unmittelbare Zukunft jetzt auf jeden Fall sowieso erledigt. Wir haben noch zwei Strecken. Und die vorletzte Strecke hier in meiner Tierlist ist Spa-Francorchamps. Die Strecke, diese legendäre Strecke in Belgien. Das Wohnzimmer von Michael Schumacher, wie es ja so genannt wurde. Hier hat er seinen ersten Grand Prix gefeiert. Hier hat er seinen ersten Sieg feiern können. Hier hat er beispielsweise auch seinen siebten WM-Titel damals klargemacht. Von daher, das war einfach irgendwie ja die Heimatstrecke von Michael Schumacher, auch wenn sie nicht in Deutschland liegt. Und ja, zu der Strecke an sich, das ist auch schnell gesagt, das ist einfach eine traumhafte Strecke. Natürlich angefangen mit dieser Haarnadel am Anfang runter zu Orange und dann diese krasse Steigung dann hoch auf die Camel Straight. Das ist schon eine geile, geile Strecke, vor allem am Anfang. Aber dann auch Sektor 2 beispielsweise, wenn man dann ganz oben ist und dann wieder so ein bisschen runterfährt in den Wald. mit teils langsamen Kurven, teils aber auch sehr, sehr schnellen Kurven. Dann natürlich Sektor 3, dann nochmal dieser sehr, sehr schnelle Sektor mit der letzten, wie heißt denn diese schnelle Kurve nochmal? Jetzt habe ich es gar nicht mehr auf dem Schirm. Also nicht die Schikane, die letzte Schikane, sondern die Kurve davor. Legendäre Kurve, auch geile Überholmanöver. Max Verstappen hat da glaube ich mal 2015 als Teenie ein geiles Überholmanöver gepackt. Und von daher Spa, auch diese Ardennen Achterbahn, so wie sie ja genannt wird. Bitte, bitte lasst diese Strecke immer im Formel 1 Kalender. Es gab ja mal vor ein, zwei Jahren sogar Gerüchte, dass es da ein bisschen schwieriger wird in der Zukunft. Und von daher ist das glaube ich der Schritt in die richtige Richtung, dass man da sicherheitsmäßig auch noch ein bisschen was macht. Aber trotzdem, die Strecke legendär, geiler Flow, geil zu sehen an den TV-Kameras. Muss ich eigentlich auch irgendwann mal hin, ist ja auch nicht so weit weg. Muss ich irgendwann mal machen. Und von daher, wenn es da nicht regnet, wie aus dem Eimer, wie beispielsweise 2021, dann ist das auch natürlich Esstier für mich. Und dann sind wir beim Buchstaben Z. Wir sind angelangt bei Sandford seit 2021 wieder zurück. Natürlich jetzt der Heimgrop-Brief von Max Verstappen. Was da für eine Stimmung war letztes Jahr, überragend. Und das muss natürlich auch erstmal einen fetten Pluspunkt geben, dass es so einen Grand Prix gibt in Sandford, wo die Holländer so mal richtig Stimmung machen. Also es war ja wirklich Ballermann-Stimmung, also wie auf einer Party. Und das finde ich cool, dass es so einen Grand Prix gibt, sage ich mal, so einen Party-Grand Prix. Und was ich auch cool finde, ist beispielsweise die Kurve, diese Steilkurve. Also die letzte Kurve, das ist auch eine Steilkurve, die finde ich geil. Aber auch diese Steilkurve, ich weiß nicht, wie sie heißt, hat sie überhaupt einen Namen? Aber ich glaube, das ist die vierte Kurve. Die ist echt richtig, richtig cool. Also da war ich letztes Jahr richtig begeistert, dass man da so viele verschiedene Linien fahren konnten. Dass die äußere Linie dann sogar ein bisschen die schnellere war. Dass das die Fahrer herausfinden mussten und so weiter. Das ist doch das Coole an der Formel 1-Strecke. Wenn es nicht diese eine Ideallinie gibt, sondern dass die Fahrer da wirklich ein bisschen was zu knobeln haben. Wie man da am schnellsten von Start zu Ziel kommt. Und das hat mir gefallen. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, die Strecke ist eng. Man kann sehr, sehr schwer überholen. Wieder einmal ist natürlich Turn 1 der einzige Punkt, wo man eigentlich wirklich gut überholen kann. Es war auch nicht so einfach, weil die Start-Zielgerade nicht so groß ist. Aber ich finde, im Großen und Ganzen haben da die Streckenbauer schon was Gutes geleistet. Aus so einer Oldschool-Strecke, die Sandford nun mal ist, dann doch eine relativ gute Strecke zu bauen. Deswegen, ja, ich tendiere so zwischen B und A. Ich finde, rein von der Strecke gehört sie eigentlich in B. Also Ungaro-Ring habe ich ja beispielsweise in B. Aber auch den Nürburgring, ich finde, da passt Sandford eigentlich ganz gut rein. Aber komm, hey, die orangene Masse dort, die hebt das einfach nochmal ab. Deswegen sage ich A-Tier. Und ich würde tatsächlich auch hier traurig sein, wenn man dann irgendwann mal sagt, wenn vielleicht auch Max Verstappen seine Karriere beendet mit 40 und mit, keine Ahnung, 500 Grand Prix oder 600 Grand Prix, dass man dort nicht mehr fährt. Das wäre schon schade, denn irgendwie hat diese Strecke echt was Besonderes. Sie ist ja auch am Meer gelegen. Und von daher, komm, ich packe sie ins A-Tier. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann findet ihr natürlich hier jetzt noch mein Tierlist-Video zu den Strecken Asien-Pazifik, Amerika. Da gibt es auch noch ein Video, das wird dann kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, da ist der Abo-Button ungefähr hier. Bis dann. Ciao. Ciao.